Bei Luftangriffen auf die Südukraine sind laut Militär mehrere Anlagen der Energieversorgung beschädigt worden. Die USA warnen China vor Konsequenzen bei russischen Gebietsgewinnen in der Ukraine. Alle Entwicklungen im Live-Blog Luftangriffe auf Energieanlagen in der Südukraine USA warnen China vor russischen Gebietsgewinnen in der Ukraine. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu aufgerufen, mehr Haushaltsmittel für die Sicherheitspolitik bereitzustellen. Die Lage ist ernst. Wir müssen uns alle fragen, wie wollen wir die Zukunft unserer Kinder sichern, sagte die grünen Politikerin im Bundestag. Die brutalen russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine machten deutlich, dass Putin mit seinen Angriffen auf die Ukraine noch nicht am Ende ist. Und wenn Putins Feldzug nicht zu stoppen ist, dann stehe er bei den Partnern in Polen und im Baltikum direkt vor der Haustür. Diese Gefahrenlage müsse bei Investitionsentscheidungen und deren Finanzierung berücksichtigt werden, so Baerbock. Entscheidungen der Sicherheitspolitik dürften nicht länger nur in Einjahreshaushalten gedacht werden, forderte die Außenministerin und drängte auf eine langfristige Finanzierung. Fraglich sei, ob die er mit Regeln, die für Friedenszeiten geschaffen wurden, er zu gewährleisten sei. In diesem Zusammenhang drängte Baerbock abermals auf eine Reform der Schuldenbremse. Langfristig will Deutschland gemeinsam mit der Ukraine eine Institution für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Vorbild der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, einrichten. Die Ukraine braucht mehr als Waffen, um in diesem Krieg zu bestehen. Es kommt auch darauf an, dass die Wirtschaft weiterläuft und das Land den Wiederaufbau finanzieren kann, erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Am Mittwoch verabschiedete die Bundesregierung ein 15-Punkte-umfassendes Maßnahmenpaket mit dem Fokus auf finanzielle Zuschüsse und Zinsverbilligungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Ukraine sowie Investitionsgarantien für deutsche Unternehmen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um der ukrainischen Wirtschaft in dieser schweren Zeit zu helfen und ihr eine Perspektive zu eröffnen. Die Weltbank schätze die Kosten des Wiederaufbaus derzeit auf rund 486 Milliarden. Die Finanzminister der Europäischen Union werden am Freitag über Reformpläne der Ukraine beraten. Insgesamt gebe es 69 Reformvorhaben, sagte ein deutscher Regierungsvertreter. Das Ganze ist ambitioniert. Die EU-Kommission werde den Finanzministern die Pläne vorstellen und prüfen. Die EU hatte sich Anfang Februar bei einem Sondergipfel auf eine mittelfristige Finanzierung der Ukraine geeinigt. Die Regierung in Kiew soll im Zeitraum bis 2027 schrittweise 50 Milliarden Euro bekommen. 33 Milliarden Euro entfallen dabei auf Kredite, 17 Milliarden auf Zuschüsse. Das Gericht der EU hat Sanktionsbeschlüsse der Europäischen Union gegen die russischen Oligarchen Michael Friedmann und Pyotr Aven gekiebt. Der Rat der EU habe bei den Entscheidungen keine hinreichenden Belege für die Aufnahme in die Sanktionsliste geliefert, entschieden die Richter. Die EU hatte die Sanktionen damit begründet, dass Friedmann und Aven russische Entscheidungsträger finanziell unterstützt und damit die territoriale Unversehrtheit der Ukraine untergraben hätten. Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass Friedmann und Aven sofort von der EU-Sanktionsliste gestrichen werden müssen. Zum einen kann gegen das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden. Zum anderen hat der Rat der EU bereits neue Sanktionsbeschlüsse gegen die beiden Männer erlassen, die nicht von dem Urteil betroffen sind.